Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case-Tester-Blog. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier das ganz neue Google Pixel 9 Pro in der XL-Version liegen und in diesem Video geht es um die fünf besten Höhen dafür. Ja, ich habe mich ein bisschen umgesehen, direkt bei Google, aber auch bei Amazon, bin nach den Bewertungen gegangen und natürlich auch meine Kenntnissen. Und ja, fünf Stück sind es geworden. Ich sehe gerade, das ist ein bisschen falsch rum. Wir haben eine Originale von Google dabei. Wir haben einmal Rinke dabei, wir haben Caseology dabei, wir haben Toros dabei und wir haben Spigen mit dabei. Ja, die ganzen Höhen habe ich für euch auf Schutzhaptik-Kompatibilität mit den Pixel 9 Pro XL Panzergläsern oder auch den normalen Pro Panzergläsern getestet und natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Rangliste werden wir nicht machen, wir werden die Vor- und Nachteile besprechen, werden herausfinden, für wen welches Case gedacht ist und am Schluss entscheidet ihr selbst, welches ihr davon kauft. Ja, falls ihr irgendwas davon kaufen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Blog. Dort landet ihr auf dieser Übersichtsseite. Alle Vor- und Nachteile stehen da nochmal und da ist auch der Link zu Amazon oder je nachdem, wo ich mir das Ganze gekauft habe. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, wir starten mit dem Case von Rinke. Das habe ich mir gekauft auf Amazon für 13,99 Euro. Das ist, glaube ich, auch das günstigste Case im Test hier. So schaut das gute Stück aus. Ja, kommen wir zum ersten Vorteil. Wir haben hier ein raues Material, das rutscht nicht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So ein bisschen wie so eine Steinoptik oder auch so eine Lederoptik ist. Es ist aber, wie gesagt, alles hier Gummi. Ich packe das Handy mal rein. So schaut das dann aus. Wir haben einen Displayschutz. Ich erkläre es einmal am Anfang. Hier seht ihr, wie die Hülle ein Stückchen über das Display rübersteht. Ich habe kein Panzerglas drauf. Das heißt, wenn ihr das Ganze so hinlegt, liegt das Display nicht auf. Und genau das Gleiche haben wir auch hinten bei der Kamera. Ihr seht, auch hier steht die Hülle drüber. Das heißt, ich kann das Ganze einfach so hinlegen und die Kamera liegt nicht auf und kann dementsprechend auch nicht kaputt gehen. Ja, kommen wir zum nächsten Vorteil. Die Knöpfe haben einen sehr guten Druckpunkt. Den hört man auch. Die Aussparungen sind alle gut getroffen. Wie man sehen kann, hier wird nichts verdeckt. Und ihr könnt hier alle Panzergläser aus meinem Panzerglastest nehmen. Ich habe nämlich drei Panzergläser getestet für das neue Pixel 9 Pro XL. Video kommt demnächst. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ja, kommen wir zum letzten Vorteil davon. 13,99 Euro für so eine Hülle ist, finde ich, günstig, wenn man das mit den ganzen anderen vergleicht. Kommen wir zu den Nachteilen. Wir haben hier keinen Hardcase. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Ich packe das Ganze nochmal aus. Also wir haben hier einfach so dickes Gummi. Ich kann das einfach zusammendrücken. Wäre das Ganze jetzt noch ein Hardcase, würde das natürlich noch besser schützen. Aber gut, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil wir auch ein paar Hardcases drin haben. Und wir haben keinen Innschutz. Ja, Innschutz. Was mache ich damit? Es gibt einen Case in unserem Test, das hat hier Mikrofaser drin und kommt einem das berühmte Sandkorn hier nämlich zwischen, weil Sandkörner zerkratzen einen nämlich hier die Rückseite, weil Sand ist nämlich härter als Glas. Und dadurch, wenn das hier hin und her rutscht, zerkratzt es euch halt die Rückseite von eurem neuen Smartphone. Wenn ihr aber Mikrofaser hier drin habt, dann wird das hier einfach von Mikrofaser festgehalten und kann nicht rumrutschen. Gut, das war die erste Hülle. Kommen wir zum Fazit. Für wen ist diese Hülle geeignet? Wer keinen besonderen Schutz sucht und mehr Wert auf dem Preis deckt, kann hier zustargen. Kommen wir zur nächsten Hülle. Die nächste Hülle kommt direkt von Google selbst. Musste ich auch bei Google bestellen. Gab es bei Amazon nicht. Gibt es vielleicht mit der Zeit. Muss man mal schauen. Kostet hat die 39,99. Ist teuer. Allerdings, wenn man die Apple-Preise nicht kennt, die nämlich die gleiche Hülle verkaufen, dann ist das hier ziemlich günstig, weil Apple verkauft die für 59 Euro. Und ich denke mal, die wird auch nicht günstiger beim iPhone 16, was jetzt bald rauskommt. Aber gut, wir haben hier eigentlich das Gleiche, wie auch bei Samsung hat die Hülle auch. Dort ist, ich weiß nicht, wie teuer die bei Samsung überhaupt ist. Keine Ahnung. Schreibt es mal rein in die Kommentare. Wir haben hier Silikon und Gel zusammengemischt. Das ist ein wirklicher Handschmeichler. Das Material ist genial. Ich liebe dieses Material. Wer das schon mal in der Hand gehabt hat, wird wissen, wovon ich spreche. Obwohl das Ganze so schön weich ist und auch dünn ist, haben wir trotzdem ein Hardcase. Ihr seht, ich kann das nicht zusammendrücken. Auch hier nicht oder hier nicht. Also es ist wirklich genial, weil es bietet einen super Aufprallschutz. Dieses Silikon, das federt ein bisschen. Und ihr hört das auch. Und sollte der Schlag einfach zu stark gewesen sein, dann bricht dieses Hardcase, absorbiert im Endeffekt den Sturz. Oder eher gesagt den Schlag. Ja, kommen wir zum nächsten Vorteil. Wir haben hier einen Innenschutz. Und jetzt sieht man auch den Innenschutz. Man sieht das Mikrofaser hier drin. Es ist richtig schön weich. Kommt hier der berühmte Sandkorn zwischen. Bleibt er einfach da und rutscht hier nicht hin und her. Nächster Vorteil. Wir haben natürlich auch hier einen Displayschutz. Ihr seht es, die Kanten stehen schön so zwei Millimeter nochmal rüber. Und ihr hört das auch. Da liegt das Display nicht auf. Und genau das Gleiche haben wir auch hinten bei der Kamera. Ihr seht, das Ganze steht auch hier wieder rüber. Die Knöpfe haben auch hier einen perfekten Druckpunkt. Die Knöpfe sind, ich weiß nicht was das ist. Es sieht aus wie Metall, aber ich glaube es ist eher Plastik. Die Aussparungen sind auch alle super getroffen. Muss ja auch sein, ist eine originale Hülle. Und auch hier können wir alle Panzergläser aus meinem Panzerglas-Test benutzen. Wie gesagt, kommt bald online. Ja, kommen wir zu den Nachteilen. 40 Euro ist im Gegensatz zu einer Apple-Hülle nicht teuer. Allerdings im Gegensatz zu den ganzen anderen hier ist es schon teuer. Silikon zieht Staub und Fusseln an. Mehr als so Plastik oder sowas. Sollte man drauf vorbereitet sein. Und Silikon gleitet nicht so schön in so eine enge Jeans-Hosentasche, wie man das von so einer Plastikhülle kennt. Ja, das waren die Vor- und Nachteile von dieser Hülle. Kommen wir mal zum Fazit. Wir kennen diese Hülle von Samsung und auch von Apple. Das Material ist ein Handschmeichler und der Schutz ist perfekt. Also von mir aus gibt es da eine klare Kaufempfehlung. So, kommen wir zum nächsten Case. So, das nächste Case kommt von Caseology. Ist eine Untermarke von Spigen. Für diejenigen, die es nicht wissen. Aber für diejenigen, die es wissen, was heißt Made for Google Pixel. Ich weiß es zum Beispiel nicht. Schreibt es mal rein in die Kommentare. Wird das extra jetzt für das Google Pixel oder in Zusammenarbeit mit Google entwickelt? Steht auch gleich auf dem Spigen Case drauf. Allerdings ist das Spigen Case gar nicht so gut. Ja, gekauft habe ich diese Hülle auf Amazon für 16,99 Euro. Hier ist auch nochmal so ein Reinigungs-Set mit bei. Keine Ahnung wofür. Ja, so schaut das gute Case aus. Ja, wir haben hier so ein Wabenmuster drauf. Und hier ist das Ganze ein bisschen geriffelt. Das heißt, es rutscht nicht so leicht aus der Hand. Ist für viele auch wichtig. Wir haben eine Art Innenschutz, nenne ich ihn jetzt mal. Weil das ist hier so geriffelt. Und wenn jetzt das Sandkorn hier zwischendurch kommt, könnte es höchstens noch auf dieser Bahn hier hin und her rutschen. Ich glaube nicht, dass es darüber springen würde. Ist halt eine Art Innenschutz. Wir haben auch einen Display-Schutz. Den sieht man hier wieder. Wir haben den Kameraschutz. Den sieht man auch hier wieder. Kommen wir zum nächsten Vorteil. Die Knöpfe. Haben auch hier einen wunderbaren Druckpunkt. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Auch die Aussparungen hier sind alle super getroffen. Da wird nichts verdeckt. Und auch hier können wir wieder alle Panzergläser aus unserem Panzerglas-Test nutzen. Auch hier wird nichts an den Seiten wieder hochgedrückt. Auch wenn dieses Case ziemlich dick ist hier oben. Ja, der letzte Vorteil. Günstig mit 16,99 Euro. Ist auf jeden Fall noch ein Case unter 20 Euro. Kommen wir zu den Nachteilen. Wir haben hier keinen Hardcase. Zeige ich euch mal eben schnell. Auch hier haben wir einfach nur wieder dieses dicke Gummi. Was man einfach zusammendrücken kann. Ist jetzt aber auch kein schlechter Schutz. Weil es halt ziemlich dick ist. Und wir haben keinen richtigen Innenschutz. Ja, kommen wir mal zum Fazit für diese Hülle. Die Hülle von Caseology macht einen guten Eindruck und schützt das Pixel 9 Pro gut. Zudem ist der Preis günstig. Also, wer auf einen Innenschutz und auf einen Hardcase verzichten kann, kann hier auf jeden Fall zuschlagen. So, kommen wir zum nächsten Case. So, das nächste Case kommt von Torras. Habe ich mir gekauft auf Amazon für 22,99 Euro. Schaut aber mal rein, weil die Preise echt immer schmanken bei den Cases. So. Gleich werden wahrscheinlich einige verdutzt sein. Weil die sind das da für ein Ring. Die Leute, die es nicht kennen, das ist ein MagSafe Ring. Kommt im Endeffekt von Apple die Erfindung. Meine ich sogar. Glaube ich. Ja, was kann man damit machen? Da gibt es sehr viel Zubehör. Ich habe euch das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe schon etliches Zubehör dafür getestet. Es ist eigentlich ein Magnet und dann kann man halt solche Sachen hier nutzen und dann bleibt das hier einfach dran hängen. Und dann hat man zum Beispiel so einen Ständer auf dem Nachttisch. Man kann dann mit Wireless Charging machen, dann bleibt der Puck hier hinten perfekt dran kleben. Also, man hat dann da keinen Ladeverlust. Und Autohalterung gibt es dafür. Und halt echt viel. Wie gesagt, schaut mal rein. Unten in dem Link, dort findet ihr eigentlich fast alles, was es aktuell am MagSafe Sachen gibt, von mir schon getestet. Ja, das war der erste Vorteil. Kommen wir zum nächsten. Wir haben hier eine Hardcase Rückseite. Ihr seht, ich kann es nicht zusammendrücken. Das ist schon mal richtig cool. Dafür haben wir aber noch so harte Gummiränder. Also, dieser Schutz ist wirklich ziemlich gut. Wir haben einen Displayschutz drin. Auch hier seht ihr das Ganze wieder. Steht richtig schön drüber. Und auch den Kameraschutz haben wir hier drin. Und auch hier stehen die Linse. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Hier, da steht nichts raus. Wir haben austauschbare Knöpfe dabei, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben einmal Neon-Grün und wir haben einmal Orange. Die können wir hier einfach rausmachen, diese schwarzen Knöpfe. Und dann haben wir ein bisschen Farbe mit drin. Kommen wir zum nächsten Vorteil. Das sind die Knöpfe. Auch die haben einen richtig guten Druckpunkt. Auch da gibt es nichts zu meckern. Es wird nichts verdeckt von den Anschluss- und Mikrofon- und Lautsprecher, was wir da haben. Und der letzte Vorteil. Wir können auch hier alle Panzergläser verwenden. Auch wenn diese Kante richtig schön übers Display rübersteht. Wird nichts an den Seiten wieder hochgeklickt. Ja, wir haben nur einen Nachteil hier gefunden. Und das ist kein Innschutz. Und das ist eigentlich auch kein richtiger Nachteil. Weil das ist so eine halbtransparente Hülle. Und wenn man da einen Innschutz macht, dann ist sie halt nicht mehr transparent. Also es ist nicht möglich. Sollte aber gesagt sein, dass man hier keinen Innschutz hat. Ja, kommen wir zum Fazit für diese Hülle. Die Hülle von Toros macht einen sehr guten Eindruck. Nur der Innschutz fehlt. Dafür hat man aber MagSafe mit dabei. Wer es braucht, schaut euch, wie gesagt, die Sachen mal an, falls ihr das nicht kennt. So, kommen wir zur letzten Hülle. So, das letzte Case in unserem Test kommt von Spigen. Das ist das Ultra-Hybrid-Case. Kennen wahrscheinlich sehr viele von euch. Ist auch schon ziemlich alt, glaube ich, das Case. Kauft habe ich mir das auf Amazon für 26,99 Euro. Und so schaut das aus. Ja, auch hier, wie ihr seht, haben wir wieder MagSafe mit an Bord. Wir haben eine Hard-Case-Rückseite, so wie bei Toros gerade. Ihr seht, ich kann das auch nicht zusammendrücken. Haben trotzdem aber wieder diese harten Gummi-Ränder. Also der Schutz ist eigentlich ziemlich gleich. Wir haben einen Display-Schutz mit dabei. Das Case ist wirklich ziemlich eng, also müsst ihr ein bisschen drücken. So, hier sieht man den Display-Schutz. Wir haben natürlich auch den Kameraschutz mit integriert. Die Knöpfe haben ebenfalls einen sehr guten Druckpunkt. Und auch hier können wir wieder alle Panzergläser aus meinem Test mitverwenden. So, kommen wir mal zu den Nachteilen. Und dazu nehme ich nochmal kurz die Torash-Hülle hier von eben, damit ich euch das mal zeigen kann. Weil sonst denkt ihr auch, was quatscht der denn da. Wenn ihr MagSafe braucht, dann habt ihr hier, im Endeffekt so wie das bei MagSafe der Fall ist, hält es hier gar nicht. Es hält wirklich nur hier. So, und das war's. Und genau so sollte MagSafe auch sein und es hält auch fest. So, wir haben allerdings das Problem hier. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht kennen sich einige davon, einige von euch damit aus. Hier hält es auch so. Und dadurch hat man nie wirklich so die perfekte Chance, irgendwo richtig in die Mitte zu kommen. Man hat zwar so einen kleinen Unterschied, wenn man jetzt hier rüber will. Allerdings hält es genauso gut auch hier. Und ich verstehe nicht, warum. Und genau hier ist ja die falsche Position, weil wenn wir jetzt so ein Wireless-Charging haben, mit auch Magneten drin und der fängt so an zu laden, dann funktioniert das natürlich nicht richtig. Also ich habe keine Ahnung, was hier bei Spigen falsch gelaufen ist. Manche schreiben in den Amazon-Bewertungen, dass dieser Ring irgendwie an der falschen Position sitzen soll. Weil man hat auch das Problem, dass das Google-Logo nicht mittig ist. Wenn ihr mal guckt, das ist so ein bisschen nach oben gerutscht. Aber auch wenn ich die beiden Cases jetzt hier genau aneinander halte, sehen wir auch, dass das trotzdem ein bisschen verschoben ist. Also der Ring von Torras sitzt ein bisschen weiter sogar nach über dem vom Spigen. Also ich weiß nicht, was hier schief gelaufen ist. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das ja. Schreibt es rein in die Kommentare. Ja, das war der erste negative Punkt mit dem MagSafe. Kommen wir zum zweiten. Wir haben natürlich auch hier keinen Endschutz, sollte erwähnt sein. Fingerabdrücke. Ihr seht das, denke ich mal, an der Kamera. Das Teil ist ständig voll mit Fingerabdrücken, aber das haben transparente Höhen so an sich. Und ja, was ich eben gerade erwähnt habe, was halt manche in die Amazon-Bewertung auch reingeschrieben haben, dass dieses Google-Logo halt nicht mittig hinten drin sitzt. Also es ist ein bisschen hochgerutsch. Es sitzt jetzt nicht nach links oder rechts. Gut, das waren die Vor- und Nachteile von dem Spigen-Case. Kommen wir mal zum Fazit. Wer eine transparente Hülle mit MagSafe sucht, kann hier zustarmen. Jedoch ist der MagSafe-Ring von der Torras-Hülle deutlich besser. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bessern die da nochmal nach, weil es gibt halt einige Bewertungen im Internet, die das bemängeln. Ja, dann kommen wir nochmal zu meinem kleinen Fazit. Was ist für mich die beste Hülle? Also für mich ist wirklich die originale Google-Hülle die beste. Allerdings, wer hier nicht so gut klarkommt mit dem Silikon-G-Gemisch, dem empfehle ich die von Torras. Ja, das war es mit dem Test. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr habt jetzt für euch die beste Hülle gefunden. Lasst einen Daumen hoch, da werdet Abonnenten. Würde mich riesig freuen, wie gesagt, wenn ihr was davon kaufen wollt. Und in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Blog. Dort findet ihr die ganzen Links zu Amazon. Und ja, ich sage zum nächsten Video sehen wir uns dann. Und das wird das Panzerglas-Video sein für das neue Pixel 9 Pro. So, bis dann. So, bis dann.